Hi zusammen, ich bin der Tobi von der Evaco und heute zeige ich euch, wie wir external Stages in Snowflake erstellen können. Eine Stage definiert, wo Dateien gespeichert sind, damit diese Dateien in eine Tabelle nachgeladen werden können. Es gibt vier unterschiedliche Stages in Snowflake. Das einerseits die User Stage, die Table Stage, die Internal Stage und die External Stage. Die Internal Stage haben wir in einem vorherigen Video bereits einmal genutzt, um Daten von einem lokalen PC in Snowflake laden zu können. Eine External Stage verweist auf Dateien, die an einem Ort außerhalb von Snowflake gespeichert werden. Derzeit werden drei Speicherdienste unterstützt, das ist der AWS S3 Bucket, der Google Cloud Storage Bucket und die Microsoft Azure Container. External Stages werden empfohlen, wenn man plant, regelmäßig Daten vom selben Ort zu laden. Dies ermöglicht es, mehreren Nutzern Zugriff zu haben und diese zu laden und diese auch in verschiedene Tabellen nachher zu kopieren. Mit der User Stage bzw. der Table Stage wäre dies nicht möglich, deswegen nimmt man dann die External Stage. Im folgenden Beispiel werden wir eine External Stage für einen Azure Container erstellen und die gespeicherten Daten dann auch später in eine Tabelle reinladen. Zuerst erstellen wir jetzt einmal ein Fileformat, damit wir nachher nicht permanent, damit wir nachher nicht jedes Mal angehen müssen, in welchem Format die Daten in die Tabelle reinkopiert werden müssen. Als nächstes brauchen wir jetzt die URL und den SaaS Token, um eine External Stage zu erstellen. Dafür müssen wir jetzt einmal in Azure reingehen. Wir sehen hier den Container, den habe ich bereits angelegt. Der heißt bei mir Customer Data Blob und jetzt gehen wir hier unten einmal auf Endpoints und in dem die URL, die hier steht, die neben Blobservice steht, die kopieren wir hier raus und gehen zurück in Snowflake, kopieren die hier rein. Jetzt müssen wir hier vorne noch einen kleinen Part weglöschen. In HTTPS Doppelpunkt und Doppel Slash müssen wir weglöschen und davor Azure Doppelpunkt und die beiden Slashes machen. Und am Ende müssen wir noch den Pfad angeben. Das wäre Customer Data Blob. Da haben wir schon die URL für die External Stage. Als nächstes holen wir uns jetzt den SaaS Token. Gehen wir wieder in Azure, hier oben auf Shared Access Signature und hier können wir noch verschiedene Berechtigungen angeben. Zum Beispiel wollen wir jetzt nicht haben, permanent delete und delete wollen wir nicht haben. Process und update wollen wir zum Beispiel nicht haben. Und wir wollen jetzt sagen, okay, morgen soll der abgelaufen und expired sein der Token. Und hier unten können wir den jetzt generieren. Dann haben wir hier unten den SaaS Token. Den kopieren wir uns wieder zurück in Snowflake. Kopieren den hier rein. Und jetzt können wir schon die External Stage erstellen. Hier unten geben wir noch das File Format an, damit es nicht bei jedem Copy Into Befehl wieder erneut angegeben werden muss. Und haben jetzt so unsere Stage erstellt. Als nächstes erstellen wir einmal die Zieltabelle. Und wir können uns einmal anzeigen lassen, welche Dateien in der Stage vorhanden sind. Da sehen wir hier unten, okay, vier Dateien, vier CSV-Dateien sind in unserer Tabelle, äh, sind in unserem Azure Container. Und diese kopieren wir uns jetzt einmal mit diesem Copy Into Befehl in unsere Tabelle. Das heißt, wir laden die Daten aus unserer Azure Container über die External Stage in unsere Snowflake Tabelle. Genau, haben wir alle geladen. Status überloaded. Und jetzt können wir einmal nachschauen in unserer Customers Tabelle. Gehen wir einmal rein. Und da sehen wir schon, ich ziehe das hier einmal hoch, dann sieht man es noch besser. Hier sehen wir schon die Daten, die wir jetzt gerade einmal reingeladen haben. Und so könnt ihr euch eine External Stage in Snowflake erstellen. Ich hoffe, euch hat das kurze Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr Infos rund um Snowflake sucht, klickt doch auf eins unserer anderen Videos oder schaut auf unserer Homepage vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.